Guten Tag, hallo meine Schülerinnen und Schüler, ich bin Missy Aris Schwer, ich bin Frau Rana. Dieses Jahr lernen wir von Magnet High, bitte konzentriert und folgt meine Videos. Vielen Dank. 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 Situation 1. Guten Tag, Herr Schulz. Was machen Sie denn hier? Ich gehe in den Blumenladen da vorne. Ich möchte Blumen für meine Frau kaufen. Das ist aber nett. Ich gehe in den Blumenladen. Gemüse aus dem Supermarkt. Gemüse aus dem Supermarkt. Ich bin... Ja, ich gehe in den Blumenladen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.